Vor fünf Jahren habe ich mir diesen Sortiertraktor gekauft und jetzt steht dieser Kräuter, wie so scheiß Gorn, die ganze Zeit noch in der Werkstatt drinnen. Und jetzt hat es mir gereicht und ich habe einen neuen gekauft. Und mein neuer Tranker ist schneller, stärker und stärker. Und ich werde dort und da einmal erschaut er mich, zeig er klärt rein. Und ich komme hier, zeig er zu mir, das ist gleich was, aber ich kann es vor dir. Und ich komme hier, da war einлавches Verbrecht. Dass ganz verwehr manche von Wasser hätte. Ich sage, das wirds da, ich sage, wir sind dein Zef, denn ich san, das ist eine Lösung für Sie. Jetzt gibt uns mehr Kinder, uns werden unsere neue Leidigstraktor gekauft und werden wir natürlich. Alle Hände, nein, wunderbar! Das war's. 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 Das war's.